Hey, ich bin Alina. Und ich bin Marie-Sophie. Und wir spielen heute Lach nicht. Ich lache jetzt schon. Uff. Alle Länder, unsere Sprache ist die schwerste. Deutschland, umfahren ist das Gegenteil von umfahren. Warum trinken Veganer kein Leitungswasser? Weil es aus dem Hahn kommt. Dein Gesicht ist wie ein Wörterbuch. Man muss immer wieder nachschlagen. Kickst lieber jemand in den Schenbein. Wie heißt ein Vogel mit Tourette? Tourette. Wie heißt ein chinesischer Bergsteiger? Ja, hing am Hang. Naja. Alina. Ich hoffe, bei mir sind jetzt lustigere. Du war echt nicht mal so schlecht. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ist los. Mach einmal länger, bis ich es check. Nein, ich check es aber. Es ist halt einfach nicht lustig. Nur die Frage ist halt, wen juckt. Ich kann halt keine Worte sagen. Okay, welche Autofahrer sind die nettesten Geisterfahrer? Du musst lachen. Oh Mann. Die sind so entgegenkommend. Oh Mann ey. Okay, okay. Was sucht ein Einarmiger in der Fußgängerzone? Ein Secondhand-Job. Oh. Also darüber macht man sich nicht lustig. Warum hat der Weihnachtsmann einen so großen Sack? Weil er nur einmal im Jahr kommt. Wie heißt dein Arzt, der Rasen mäht? Doktor Mäht den Rasen. Bei mir sind die lustigere drin, als bei ihr wollen. Summa summarum juckt es aber im Endeffekt niemanden. Oh, ist mir schlecht. Hups, Entschuldigung. Das. Das. Das Spiel heißt Lachen. Nein, dies. Das Spiel hieß Lach nicht. Und das ganze Video gibt es auf YouTube und Instagram. Oh Mann ey. Wer hat das geschrieben? Bis zum nächsten Mal. Jungs! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020